Der Mond scheint hell in dieser Nacht, hinab auf den Kirchhof die Gräber. Schaurig sind sie anzusehen, wie sie so verfallen da stehen, die alten Kreuze darüber. Der Uhu schreit, mich schaudert her, doch weg gehen kann ich jetzt nicht mehr. Da plötzlich riecht sich vorne ein Grab und auch ein anderes dann. Da kommen die Toten, ein Wald, Kind, ein Mann und rüttelt die Knochen zum Tanze. Da klappert und klappert mit Notter hinein, als rügt man die Holzlein als Ganze. Ob alt, ob jung, ob reich, hier unten sind die alle gleich. Voll gruselig, die alle aus, doch geht ihnen der Takt nicht aus. Der Mond scheint immer noch so hell zum Tanz, die sie schauerlich führen. Doch endlich verliert sich dieser und jeder ganz, ganz schnell um zum Grab zurückzukehren. Auf einmal wird es mir ganz klar, ins Halloween, ins Halloween, flüstert mir der Tod ganz lang. Und wie ist das? Vielen Dank.